Ja moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Final Fantasy 7 Remake Info Video. Ich dachte eigentlich, dass vor der E3 keine weiteren Informationen durchsickern. Der State of the Play Trailer kam ja erst vor kurzem raus. Habe ich euch gezeigt, kann ich euch hier gerne nochmal verlinken. Den habe ich auch nochmal auseinandergenommen in einem extra Video. Kann ich euch auch hier nochmal verlinken. Wer das noch nicht gesehen hat, auf was will ich hinaus? Auf Reddit hat eine unbekannte Quelle was gepostet, was kurze Zeit später aber schon wieder gelöscht wurde. Ein anderer Nutzer hat aber die Informationen ganz schnell kopiert und die wurden im Internet veröffentlicht. Da sind viele Informationen dabei, die sehr sehr interessant sind. Die Infos sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Bei Leaks ist es immer so, da kann das eine oder andere nur eine Halbwahrheit sein. Da ich aber sehr sehr vertraut mit Final Fantasy 7 bin, klingen die meisten Sachen sehr sehr plausibel. Fangen wir direkt mal mit den allerersten Infos an. Erste Information ist gleich sehr sehr interessant. Wie ich finde, es hieß eigentlich, dass das Spiel in drei Episoden kommt. Laut dem Reddit Nutzer soll das Spiel jetzt in zwei und nicht in drei Episoden kommen, was ich sehr sehr interessant finde. Es steht auch schon fest, an welcher Stelle die erste Episode storytechnisch endet. Achtung, für alle Leute, die das Spiel nicht kennen und keinen Spoiler wollen, die warne ich gleich vor, wann sie besser mal kurz 20-30 Sekunden vorspulen sollten. Oder ich warne den Spoiler vor. Ihr haltet euch wegen mir die Ohren zu und ich blende dann kurz so ein Spoiler-Ende-Banner ein, damit ihr wisst, wann ihr wieder zuhören könnt. Das ist nämlich eine sehr interessante Stelle. Ich werde sicherheitshalber aber auch keinen Namen in dem Spoiler jetzt nennen, falls der eine oder andere vercheckt, jetzt doch wegzuschalten. Also Achtung, Spoiler geht jetzt los. Die erste Episode soll dort enden, wo einer der Hauptcharaktere stirbt und dann von Cloud quasi ins Wasser gelassen wird und dann in den Tiefen vom Wasser verschwindet. Die ganzen Insider unter euch kennen die Stelle, muss ich nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, den Namen des Charakters, der da drauf geht, den werde ich jetzt hier nicht erwähnen. Spoiler Ende, Banner hier. Ja, das ist schon Info Nummer 1 gewesen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wo die erste Episode endet, das ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten in der Story, wie ich finde. Also kann man davon ausgehen, dass die erste Episode echt verdammt lang sein wird. Übrigens soll jede Episode um die 60 Dollar kosten. In dem Post, ich werde übrigens die Quelle im Video, in der Videobeschreibung verlinken. Da ist die Rede von jede Episode mega teuer. Bullshit kostet genauso wie ein ganzes vollwertiges Spiel. Soll auch inhaltlich so viel sein wie ein ganzes Spiel. Nächste Information ist gleich der absolute Hammer, wie ich finde. Die E3 startet ja am 11. Juni, ist quasi jetzt noch drei Wochen hin, nicht ganz drei Wochen. Da soll es eine spielbare Demo geben. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Kurz nachdem die E3 vorbei sein soll, soll diese spielbare Demo im PSN Store erhältlich sein. Aber nur für PSN Plus Mitglieder. Sollte nicht allzu kompliziert sein, sich eine PSN Plus Mitgliedschaft zu besorgen. Wie das für die Xbox ist, weiß ich leider nicht. Oder PC. Ich habe auch keine Ahnung, ob das ein PS4-Exklusivtitel werden soll. Jetzt kommt eine Vermutung von mir, die im Reddit nicht drin stand. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass kurz danach nach der E3 eine spielbare Demo kommen soll, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel erst Ende 2020 kommen soll. Also, wer mein letztes Infovideo, wo ich so ein bisschen Smalltalk über das gesamte Spiel gehalten habe, nicht gesehen habe und meine Vermutungen, dass das Spiel Ende des Jahres nämlich kommen soll, weiß Square Enix einen Rekordumsatz hervor... Square Enix hat einen Rekordumsatz vorausgesagt. Das sind die richtigen Worte für Ende diesen Jahres. Und da keine Spieltitel genannt wurden und ein unbekannter Titel es nicht sein kann, möchte ich einfach nochmal kurz darauf eingehen. Es sind sich viele einig, es kann nur Final Fantasy 7 sein. So, wie gesagt, nochmal betont, wenn jetzt eine Spielwache-Demo in ein paar Wochen kommt, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Ende des Jahres nicht die erste Episode kommt. Wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kenne es von anderen Spielen, wie zum Beispiel Call of Duty. Da kriegt man Mitte des Jahres eine Demo oder eine Beta, sagen wir es besser so. Und im September, Oktober, November, eher so Richtung November, hat man die Vollversion. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Vollversion Ende des Jahres kommen wird. Kommen wir nun zu ein paar Informationen, was das Kampfsystem betrifft. Die meisten davon sind eher kosmetischer Natur, also optisch. Und zwar soll es so sein, dass in den meisten Waffen die Materie sichtbar sein soll. Ob ich das jetzt richtig interpretiere, kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Ich zeige euch hier mal ein Bild aus dem Film Final Fantasy 7 Advanced Children. Das ist so ein animierter Film, der zwei Jahre nach den Handlungen des Originalspiels von 1997 stammen. Und zwar blende ich das jetzt hier mal ein. Und da sieht man nämlich die Materie bei einem paar Feinden in den Armen, so sage ich mal, stecken. Und in den Waffen ist es so, die Waffen haben so ein paar Slots. Da kann man die Materie einsetzen und das soll wohl im Spiel optisch sichtbar sein. Accessoires soll man zum Beispiel optisch nicht sehen. Da könnte man auch keine Substanzen einsetzen, aber im Originalspiel schon so. Also Rüstung und Accessoires sollen auch optisch nicht sichtbar am Charakter zu sehen sein. Das Einzige, was man wohl an den Charakteren optisch sehen soll, wenn der Held, wie zum Beispiel Cloud, ein anderes Schwert trägt, dann sieht man halt das andere Schwert auf seinem Rücken. Oder, oder, oder. Ich habe jetzt mal ganz kurz die Szene gewechselt. Ich bin jetzt hier quasi in dem State of the Play Trailer. Ich spule jetzt hier mal so ein bisschen zurück. Und zwar soll es nämlich so sein, dass unterschiedliche Waffen auch unterschiedlich schwere Angriffe haben sollen. Ich zeige euch mal ganz kurz die Szene und achtet hier mal bitte auf diese blauen Balken. Das sind diese schweren Angriffe. Und die schweren Angriffe sollen so funktionieren, dass man erst an mit einer Aneinanderkettung von normalen Angriffen, so eine Art Combo, erst diesen Angriff ausführen kann. Quasi mit der Dreiecktaste, wie ihr hier seht, soll das dann ausführbar sein. Ich starte jetzt kurz ein Stück von dem Trailer. Es geht jetzt eigentlich um die Szene, die gleich mit Cloud passiert. Und da seht ihr quasi so eine schwere Attacke. Quasi dieser Salto-Schlag. Hier sehen wir auch, dass der Balken hier fehlt. Das soll so eine Art Spezialattacke sein. Und da soll es wohl Waffen spezifisch verschiedene schwere Angriffe geben. Und so sieht das dann aus. Die knallen halt ordentlich rein. Ich spule nochmal ein Stück zurück. Zack. Zumindest wird es in dem Post so geschrieben. Was mir übrigens gleich noch einfällt, deswegen spule ich hier nochmal ein Stück weit zurück. Ich habe in meiner Analyse zu diesem Trailer mal die einzelnen Szenen ein bisschen analysiert. Und diese Szene, die ihr hier seht, ist sehr, sehr weit am Anfang des Spiels. Und mir ist da schon aufgefallen, dass zum Beispiel die HP-Anzeige schon verdammt hoch ist. Und ich habe in dem Reddit-Post auch gelesen, dass aus dem State-of-the-Play-Trailer diese einzelnen Werte einfach nur symbolisch gezeigt wurden. Das heißt, in real, wenn wir nachher den Spielfortschritt an dieser Stelle haben, werden wir definitiv nicht so eine hohe HP-Anzeige schon haben. Das einzige, was passen könnte, ist die MP-Anzahl. Und wenn wir jetzt einmal hier in dem Bild sind, die MP-Anzahl, es soll bei Magie so sein, dass wir nicht nur Magie verbrauchen, quasi diesen Wert hier. Sondern auch ein Stück ATB. Wer nicht weiß, was ATB ist, das ist das Active-Time-Battle. Das ist quasi das Spielsystem, wie es früher war. Der Gegner hat erst draufgehauen. Dann war irgendwann mal der Charakter dran. Oder dann noch ein zweiter Charakter. Und dann wieder der Gegner. Und wenn man dann ewig nichts gedrückt hat, ist auch ewig nichts passiert. Das ist halt das Active-Time-Battle. Und Magie soll so funktionieren, dass man aus einer Mischung von Magie-Punkten und Active-Time-Battle quasi Magie benutzen kann. Ich würde das jetzt einfach mal so interpretieren, dass das bewusst so eingeführt wurde, damit man den Gegner nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen mächtigen Zaubern zuballern kann. Auf was will ich dabei hinaus? Man hat ja die Möglichkeit, irgendwann im Spiel Fortschritt, ist es so, hat man was weiß ich, 500, 600 Magie-Punkte. Und es gibt Zauber, die haben vielleicht, wenn du den einmal ausführst, vielleicht verbraucht der nur 40 Magie. So, und wenn wir jetzt einen irgendeinen mega harten Gegner haben und den Gegner die ganze Zeit mit Magie zuballern und die Magie alle ist, dann ist es ja so, dann gibt es Items, mit denen kann man quasi seine Magie-Punkte quasi mit Ether oder High Ether seine Magie-Punkte wieder komplett auffüllen. Dann könnte man theoretisch die Gegner immer weiter mit Magie zuballern. Und um das zu verhindern, gehe ich zumindest davon aus, das ist meine Interpretation, dass man eine Mischung aus MP-Punkten und ATB gemacht hat. Fällt jetzt gerade spontan noch ein, dass ich garantiert in meinem letzten Video über diese Analyse, was den gesamten Trailer und diese Werte hier betrifft, dass ich einen Analysefehler habe. Und zwar hatte ich ja hier analysiert, was die einzelnen Werte sind. Charakternamen, ist ja alles klar. Dann haben wir hier sozusagen die Lebenspunkte, dann haben wir hier die Lebenspunkte nochmal in Balkenform für optisch. Und genau dasselbe dachte ich bei der Magie. Hier hat man die Magie. Der orangene Balken ist der Limit Break und ich dachte, genauso wie bei den HP-Punkten hier als Balken optisch dargestellt, ist das hier quasi der Balken für die MP. Okay, so. Da ich jetzt aber nun gelesen habe, dass die Magie eine Mischung aus Magiepunkten und ATB-Balken ist, würde ich jetzt stark behaupten, und da bin ich mir jetzt eigentlich sicher, dass dieser Balken hier quasi der ATB-Balken ist. Wenn der quasi nicht voll ist, kann ich auch keine Magie ausführen. Das ist zumindest meine Interpretation davon. Ich weiß allerdings gar nicht, ob man in dem Trailer vielleicht irgendwo den Balken mal leer sieht. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen durch den Trailer zappen und versuche das mal hier mit reinzuschneiden, falls das so ist. Okay, also ich habe jetzt mal den kompletten Trailer nochmal durchgesehen. Es gibt nirgendwo eine Stelle, wo der Balken nicht komplett gefüllt ist. Also ich gehe aber fest davon aus, dass die Interpretation richtig sein wird, da ja die E3 sowieso am 11. startet und wir dann genaueres wissen, werden wir ja sehen, was da kommt. So, hier also wieder zurück, weil ich jetzt gerade noch von der E3 gesprochen habe und der Demo. Also ich würde jetzt mal stark schätzen und da würde ich euch vielleicht auch bitten, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wenn es wirklich eine spielbare Demo gibt, würde ich behaupten, dass die Demo sofort die allererste Mission im Spiel ist, wo quasi Cloud aus dem Zug rausspringt, ein paar Soldaten platt macht. Bis hin zu dieser Bombenmission würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich sage mal, vielleicht muss man maximal noch den Skorpionswächter besiegen und danach wird die Demo wahrscheinlich vorbei sein. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Die Mission ist ja nicht ewig lang und ich bin schon sehr gespannt, wenn die Demo kommt, wie umfangreich die sein wird. Eine weitere interessante Information habe ich noch und zwar die Beschwörungen, quasi die roten Substanzen für die, die jetzt nichts mit Beschwörungen anfangen können, wie Ifrit, Shiva, Bahamut, wie sie nicht alle heißen. Es soll sich zum Original von 97 nicht sehr viel ändern. Man ruft quasi die Beschwörung auf, dann kommt eine Cutscene, der beschworene Charakter, Ifrit, Shiva, wie sie nicht alle heißen, attackieren den Gegner und danach verschwindet quasi die Beschwörung wieder. So soll es sein. Bei Final Fantasy X zum Beispiel war es so, dass dann quasi diese beschworene Bestia, wie es da hieß, an der Seite von Yuna gekämpft hat. Hier soll es genauso wie im Original sein. Das mal nebenbei noch erwähnt. Eine weitere interessante Info, die die meisten von euch wahrscheinlich auch spannend finden, wie die Oberwelt bzw. die Weltkarte oder die Open World demnach zur Folge aussehen soll. Es soll wohl tatsächlich so sein, dass die Städte wie zum Beispiel Midgar am Anfang und die Außenwelt, nenne ich es jetzt einfach mal, dass das wohl nahtloser oder eher fließender Übergang sein soll. Man merkt quasi gar nicht, wenn man oder wenn man die Stadt verlässt, geht man quasi nahtlos in die Außenwelt über und die soll wohl in mehrere Zonen aufgeteilt sein. Man soll zum Beispiel auch von der Ferne schon Items auf dem Boden liegen sehen und so weiter. Es soll auch wieder Transportmittel geben, wie den Tiny Bronco zum Beispiel. Das ist das kleine Flugzeug, was kurz nach dem Start abstürzt. Das kann man dann so als Transportmittel benutzen. Chocobos wird es auch wieder geben. Die muss man wohl auf der Chocobo Farm erst freischalten. Ob das jetzt genauso stimmt, weiß ich allerdings nicht, ob man es erst freischalten muss oder man geht einfach rein und kauft sich so ein Vieh. Was gibt es noch? Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Es soll auch so sein, dass sämtliche Städte und Dörfer und Orte, die man so erkunden kann, wie zum Beispiel Niebelheim und Kalm und wie sie nicht alle heißen, die sollen mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet worden sein. Es soll sehr viel Leben in diesen Städten sein. Jede Stadt soll so ein bisschen sein eigenes Flair haben. Im Cosmo Canyon soll es zum Beispiel auch so sein, dass es da gelegentliche Sandstürme gibt. Da bin ich schon echt mal gespannt, wie das optisch sein soll. Was ich auch noch eine ganz interessante Information finde, und zwar das Shinra Hauptquartier, quasi die letzte Mission, bevor man Midgar verlässt. Das Quartier hat ja, glaube ich, über 60 Etagen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die Etagenzahl soll minimiert worden sein, aber die Aufgaben, die man in den einzelnen Etagen haben soll, soll dafür zum Ausgleich aber mehr sein, damit man mehr spürbar zu tun hat in dem Spiel. Dann soll an den Designs der Monster ordentlich gearbeitet worden sein. Davon bin ich aber von vornherein schon ausgegangen, dass die Monster alle ein ordentliches Redesign bekommen. Was auf jeden Fall aber so sein soll, dass man das Original von 97 und wenn man dann nachher das Remake spielt, wenn man dann Monster sieht, soll klar erkennbar sein, dass das Monster von der und der Stelle, dass man die noch gut erkennen sein. Also sie sollen nicht, sage ich mal, so verunstaltet worden sein, dass man die Monster später nicht mehr erkennt. Und wer sich noch an den Zugfriedhof im Spiel erinnert, da gab es so eine Geistergegner, die sollen aus dem Spiel wohl weggenommen worden sein. Warum auch immer, keine Ahnung, kann ich euch nicht viel zuerst erzählen. Goldsauser ist natürlich auch wieder dabei, da soll es wieder jede Menge Minispiele geben. Die sollen richtig, richtig gut aussehen. Wenn man das erste Mal hinkommt, soll man aber nur ganz wenige davon spielen können und später im Verlauf der Story soll man davon alle dann irgendwann freischalten. Und die sollen eine gute Abwechslung neben der Story darstellen. Was ich auch noch sehr interessant finde, wer das Spiel innenauswendig kennt, das Original. Es gibt ja Vincent und Yuffie, das sind zwei optionale Charaktere. Das sind quasi Charaktere, die kann man durchaus verpassen, kann man im Spiel freischalten. Und wenn man einen bestimmten Punkt überschritten hat, ist es zumindest bei Vincent so, kann man den nicht mehr freischalten. Im Remake soll es jetzt so sein, dass es ab einem bestimmten Punkt, dass sie sich dann automatisch der Gruppe anschließen. Spätestens ab Rocket Town soll es zum Beispiel so sein, dass Yuffie der Gruppe beitritt. Man könnte jetzt sagen, was soll diese dämliche Änderung? Das ist doch totaler Schwachsinn. Für mich, da ich die Story sehr, sehr gut kenne und auch den Film Advanced Children, also für alle, die den Film gesehen haben, der ja zwei Jahre nach den Geschehnissen passiert, was ich vorhin schon erwähnt habe, da sind beide Charaktere auch in der Story vertreten. Deswegen macht es für mich in dem Remake nur Sinn, sie irgendwann automatisch, wenn man sie denn verpassen sollte, ins Spiel zu implementieren. Wer nicht weiß, wie man die freischaltet, könnt ihr gerne googeln. Für Yuffie kann ich es euch mal ganz kurz erzählen. Ist ein Zufallskampf. Die zu verpassen ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die Zufallskämpfe waren früher immer in diesen Waldgebieten. Und konnte zwar sein, wenn man die Konversation falsch geführt hat mit ihr, dann haut sie ab. Dann sieht man sie nie wieder. Aber im Zweifelsfall hat man sie wenigstens einmal gesehen. Vincent, den kann man in Miebelheim in so einer Kellerpassage bekommen. Den kann man aber schon eher verpassen, weil man, glaube ich, für den Keller einen Schlüssel brauchte. Weiß ich jetzt aber leider nicht mehr ganz so genau. Jetzt gibt es noch eine kleine Sache, die eigentlich eher nicht so interessant ist. Und zwar die Stelle, wo Cloud und Tifa Eris aus diesem Puff befreien müssen. Quasi von, wie hieß er doch gleich, Don Corleone. Quasi der Pornostar oder Zuhälter aus Final Fantasy 7. Es soll nicht mehr ganz so kompliziert sein, jetzt in die Villa zu kommen. Man braucht diese Mitgliedskarte wohl nicht mehr. Man soll quasi mit Geld sich irgendwie Zutritt verschaffen können. Und man muss wohl nur noch eine Perücke und ein Kleid finden und nicht noch so lauter sonderkleine Items. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Also der Zutritt in diese Villa soll über etwas vereinfacht worden sein. Ist jetzt eine Änderung, auf die ich verzichten kann. Laut Reddit steht es zumindest so drin. Und es soll das Squad Minispiel, soll es in Goldshower auch wieder geben. Ich glaube, dieses Minispiel gab es nur auf dem PC. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher. Das war es soweit mit den Informationen. Ich glaube, das Video, ich sehe jetzt gar nicht, wie lange es geworden ist. Es ist auf jeden Fall mehr, als ich dachte, beziehungsweise länger geworden, als ich dachte. Es sind aber sehr, sehr viele Informationen, die ich sehr, sehr geil finde und auch sehr plausibel sind. Deswegen hoffe ich, dass das meiste auch so eintreffen wird. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Freut ihr euch genauso auf die Demo wie ich? Und übrigens, wenn die Demo rauskommt, könnt ihr euch sicher sein, dass ich definitiv davon mindestens ein Video machen werde. Ich werde zwar keinen Livestream darüber machen, weil das Käse ist. Ich werde ein Let's Play machen, vielleicht auch zwei oder drei. Je nachdem, wie lange die Demo sein wird. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, an alle da draußen, die mich noch nicht abonniert haben und von Final Fantasy VII, dem Remake, nichts verpassen wollen, abonniert den Kanal. Ihr werdet regelmäßig von mir auf dem Laufenden gehalten. Ich spiele auch Apex Legends und Call of Duty. Wem das auch ein bisschen Freude bereitet, seid ihr bei mir genau richtig. Jedenfalls versuche ich immer, so gut es geht, up to date zu sein. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, lasst bitte den Video einen Daumen hoch. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, um mir zu zeigen, dass ich da ganz geile Arbeit geleistet habe. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein.